Die erste Bitcoin-Wahl der Geschichte ist geschlagen. Bitcoin schießt auf ein Allzeithoch, denn es sieht alles, nämlich wirklich alles, nach einem Sieg für Donald Trump aus. Vergessen wir nicht, das ist der Mann, der vor wenigen Monaten auf der Bühne bei der Bitcoin-Konferenz in Nashville darüber gesprochen hat, eine Bitcoin-Reserve aufzubauen, er hat darüber gesprochen, Russ Ulbricht am ersten Tag zu begnadigen, er hat darüber gesprochen, die Bitcoin-Industrie nach Amerika zu holen, er hat darüber gesprochen, die Energie in Amerika so günstig wie nirgendwo sonst auf der Welt zu machen und all das zu einem Paket zu schnüren. Ja, er ist ein Politiker, ja, wir müssen ihn an seinen Taten messen und ja, es gibt da natürlich auch der Fakt, dass die Krypto-Industrie, also Coinbase und andere Krypto-Projekte stark auch investiert haben, nicht nur bei Trump, sondern auch bei Harris, das wissen wir, die Krypto-Industrie war sogar einer der größten Donater bei dieser Wahl. Aber das ist am heutigen Mittwoch nicht so entscheidend, jetzt geht es einmal darum, dass die Trump-Supporter hier feiern, wir sehen hier also Bilder direkt aus dem Trump-Headquarter, wo in wenigen Minuten wahrscheinlich Trump sprechen wird. Ich bin selbst gerade in Salzburg und mache heute einen ganzen Tag ein Seminar vor Hoteliers zum Thema Bitcoin, wird es natürlich auch darum gehen und kann deswegen das alles nicht mehr mitverfolgen, aber in den letzten Stunden, da hat sich eindeutig abgezeichnet, dass Trump diese Wahl gewinnen wird. Die Swing States, die bis jetzt schon fix gecallt wurden, sind alle in seine Richtung gegangen, auch Pennsylvania sieht ganz danach aus und einige, ich glaube Fox News, die natürlich auf seiner Seite sind, haben es bereits sogar offiziell gecallt, also offiziell bekannt gegeben, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird. Das ist ja in Amerika ein bisschen eigenartig, dass da irgendwie die Fernsehsender dann am Schluss entscheiden oder irgendwann sich festlegen und dann bildet sich eine Mehrheitsmeinung. Hier sehen wir es bereits, ich gehe jetzt nicht alle verschiedenen Sender durch, aber wir sehen, Fox News hat bereits offiziell aus ihrer Sicht bekannt gegeben, dass Trump der 47. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Was macht Bitcoin? Naja, Bitcoin eskaliert bereits den gesamten Abend, schon Europaabend und dann die gesamte Nacht in den USA, ist Bitcoin extrem stark gestiegen, zum Teil über 10 Prozent. Bitcoin in Euro ist noch stärker gestiegen, ein Zeichen dafür, dass der Dollar auch gestärkt wird, durch diese Wahl von Trump zumindest kurzfristig, dass die Wirtschaft hier im Raum vor allem gestanden ist und ich glaube, das ist auch der ganz große Fehler, der bei der Diagnose dieser Wahl vorher gemacht wurde. Infektion, Wirtschaft, Jobs, das waren die Themen. Ich habe es gerade vor kurzem gehört, dann wurde dann zugegeben auf einem der Sender, die ich mir jetzt angesehen habe in den letzten zwei Stunden, ja, also das ganze Gelddrucken und die ganzen Pakete, die die Biden-Administration geschnürt hat, die hat dann doch die Infektion nach oben getrieben. Jetzt sage ich nicht, dass ein Trump automatisch die Infektion unter Kontrolle bekommen wird, als dass ein Trump automatisch die Schulden geringer machen wird oder weniger Schulden aufnehmen wird, vielleicht wird er sogar mehr Schulden aufnehmen. Elon Musk, großer Supporter von Trump, hält ja mit Tesla und SpaceX auch Bitcoin, großer Supporter von Trump, hat darüber gesprochen, dass das Budget gebalanced werden soll, ausgeglichen werden soll. Das glauben wir erst, wenn es soweit ist. Ich habe in den letzten zwei Stunden, wie gesagt, die Livestreams verfolgt und es hat sich alles genauso angehört, wie wir es auch schon von Wahlen zum Beispiel aus Österreich oder auch aus Deutschland kennen. Große Überraschung, dass die Menschen doch eine konservative Politik wollen. Große Überraschung, dass die Menschen eine stringentere oder eine striktere Immigrationspolitik wollen. Große Überraschung, dass die Menschen weniger steuern wollen und dass die Menschen eine freiere Wirtschaft wollen. Sein Vice President, J.D. Pence, ist ja offiziell, Pence oder Vance, muss man erst lernen, wird man lernen in den nächsten Wochen. Sein Vice President ist ja sogar offizieller Bitcoin-Besitzer, soweit wir das wissen. Und Donald Trump hat da, was Bitcoin betrifft, einige Dinge gesagt. Eben nicht nur Bitcoin, sondern auch Krypto. Das ist dann alles in einem Paket, weil natürlich solche Player wie Coinbase, die wollen in den USA weiter bleiben. Bitcoin in Euro steigt, wie gesagt, 9%. Bitcoin in Dollar ist jetzt über, deutlich über 74.000, also knapp unter 75.000. Ein Old-Time-Heil noch nie in der Geschichte war Bitcoin so teuer wie am Mittwoch, den 6. November. Ein eindeutiges Zeichen, dass also diese Märkte, diese freien, offenen Märkte, diesen Sieg von Donald Trump feiern. Ich habe selbst, muss ich auch wirklich zugeben, im Vorfeld oft gesagt, ja, wer US-Präsident wird, ist doch völlig egal. Also diese coole Hipster-Einstellung irgendwie mitgebracht. Hier sieht man wieder, was Märkte oft tun, wenn die Lage unsicher ist. Also wenn es eben nicht egal ist, sondern wenn wir wirklich nicht genau wissen, was passiert. Unsicherheit ist für Märkte grundsätzlich schlecht. Das heißt, solange die Entscheidung nicht gefallen ist, solange wir nicht wissen, in welche Richtung geht die Reise, solange gibt es eher eben diese Unsicherheit, diese Fragezeichen und dann geht es vielleicht eher runter oder seitwärts. Richtige Euphorie gibt es dann, wenn große Entscheidungen wie diese getroffen sind. Also es sind jetzt wirklich alle Dinge in place, alle Teile. Schauen wir jetzt vielleicht kurz mal an, wann eigentlich passiert ist. Ich meine, im Januar sind die Bitcoin-ETFs zugelassen worden, am 11. Januar. BlackRock, Larry Fink drehen von gegen Bitcoin auf pro Bitcoin und es sind mehr als, es werden noch mehr Bitcoin-ETFs kommen. Eric Paltunas von Bloomberg hat gestern ein super Interview auch gegeben bei Natalie Brunel, wo er sagt, naja, das sind die erfolgreichsten ETF-Launches aller Zeiten. Das ist ein beeindruckender Zufluss, der da stattfindet und so wie er das beurteilt, sind es auch nicht so viele. Es sind noch mehr ETFs kommen, potenziell sogar irgendwann mal von Vanguard, die sich, glaube ich, gegen er bisher gewährt haben. Wir haben die Trump-Rede im Sommer gehabt bei der Konferenz in Nashville, wo er der ehemalige Präsident, der wahrscheinliche zukünftige Präsident und seit heute der ziemlich sicher zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, wo er offiziell davon redet, Bitcoin als Reserve zu nehmen, Bitcoin zu behalten, die man konfisziert hat, wo er sagt, er wird Russ Ulbricht und daran müssen wir ihn messen natürlich. Das ist die eine Sache, wo ich mir ganz sicher bin, dass er es machen wird, weil das ist die eine Sache, die man ganz klar sagen kann, hat er es gemacht, hat er es nicht gemacht. Das kostet ihn nichts und da bin ich fest davon überzeugt, dass er Russ Ulbricht am ersten Tag freilässt und nach einer sehr, sehr langen Zeit im Gefängnis wird er wieder das Licht erblicken. Good stuff, auf jeden Fall. Ob Trump unterm Strich dann gut für Bitcoin ist oder ob Bitcoin gut, das werden wir sehen. Ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen. Es ist auch kein Thema gewesen, zum Beispiel beim Podcast mit Joe Rogan, den er gemacht hat, kurz vor der Wahl. Drei Stunden geredet, fast drei Stunden geredet. Ich habe versucht es mir anzusehen, ich fand es nicht wahnsinnig gut. Ich fand auch ehrlich gesagt Joe Rogan nicht wahnsinnig gut in diesem Interview, aber Bitcoin ist nicht vorgekommen. Also wenn wir auch oft durch dieses Nadelöhr sehen und die Welt nur durch Bitcoin betrachten und ich glaube, das ist auch die korrekte Perspektive, versteht es mich nicht falsch. Ich habe gestern einfach nur den Bitcoin-Preis beobachtet am Weg hier nach Salzburg im Zug und habe mir gedacht, okay, das geht so stark rauf. Der Markt riecht schon den Trump-Sieg, dann stehe ich heute in der Früh auf. Trump-Sieg ist fast fix. Jetzt hat Fox News es gecallt. Es sieht alles danach aus. Also wenn es jetzt sich aus irgendeinem Grund noch drehen sollte, dann bitte seid es mir nicht böse. Ich habe versucht, das euch so schnell wie möglich mitzuteilen. Und eine gute Nachricht aus Bitcoins Sicht, auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ich glaube, da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Trump ist eine polarisierende Figur. Der muss auch polarisieren, um gewählt zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber dass der jetzt gewählt wird, der Politiker, der einerseits für niedrige Steuern, eher kleineren Staat, wobei das muss man mit sehr viel Vorsicht genießen, sowas niedriger Steuern, mehr Wirtschaft steht. Ein Präsident, der über Bitcoin gesprochen hat, der unterstützt wird von Robert F. Kennedy, der auch auf derselben Konferenz über Bitcoin gesprochen hat, der unterstützt wird von Vivek Ramessari, der auch über Bitcoin gesprochen hat, der unterstützt wird von Elon Musk, der auch über Bitcoin gesprochen hat, Bitcoin hält. Dass der jetzt gewählt wird, ist unterm Strich, wenn wir uns entscheiden müssen, zwischen einem Trump und einem Harris, aus Sicht der wichtigsten Erfindung im monetären, technologischen Bereich seit 400 Jahren, nämlich Bitcoin, natürlich positiv. Es ist positiv und deswegen geht der Preis jetzt rauf. Deswegen feiert der Bitcoin-Preis Trump. Die Unsicherheiten sind beseitigt. Wir haben einen Kandidaten, der sich ganz klar pro Bitcoin ausgesprochen hat. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass er seine Wähler enttäuscht, dass er seine Versprechen nicht einlöst. Aber das macht die Situation nicht schlechter, als sie jetzt war vor zwei Jahren. Oder vor zehn Minuten. Es ist unglaublich interessant zu sehen, ob der wirklich Richtung Strategic Bitcoin Reserve geht. Da gibt es ein neues Paper auch vom Bitcoin Policy Institute, ob er sich daran orientiert. Er wurde beraten von David Bailey, von Bitcoin Magazine. Es gibt da eindeutig richtige Bitcoiner auch, die da wirklich in der Campaign drinnen sind, die ihm klar gemacht haben, wenn du Bitcoin Mining nach Amerika holst, wenn du Bitcoin Industrie, Bitcoin Firmen nach Amerika holst, dann ist das ein Vorteil. Vor allem auch, weil natürlich Bitcoin am ehesten passt zu dieser freien Marktwirtschaft, wie wir es in Amerika noch am ehesten haben. Es ist keine Gefahr für den Dollar, ganz im Gegenteil. Auch das ist ja das, was Michael Saylor immer wieder sagt. Zumindest nicht kurzfristig, zumindest nicht in den nächsten vier Jahren. Wir sehen ja auch eben die Verbreitung von Stablecoins. Wir sehen, dass Stablecoins den Dollar verbreiten über die Welt. Klammer auf. Einziger Anwendungsfall für Krypto, den ich bisher gesehen habe. Aber ich würde sagen, dass jetzt einer der ganz großen Hürden im Bitcoin Bullenmarkt und ultimativ dann auch im Krypto Bullenmarkt, wie auch immer der aussehen wird, in den nächsten Wochen und Monaten jetzt aus dem Weg geräumt ist. Es herrscht fast Klarheit. Ich hätte lieber gewartet mit diesem Video, bis es wirklich Klarheit herrscht. Ich muss jetzt allerdings zum Frühstück und zu meinem Seminar über Bitcoin. Ich war übrigens das letzte Mal in Salzburg im Jahr 2021. Habe ich mich gestern erinnert. Hier sehen wir Trump. Wie er, also nicht Trump, wir sehen die Trump-Bühne. Wir warten auf Trump oder beziehungsweise auf die Einpeitschaft von Trump. Wir haben schon gesehen, Robert F. Kennedy ist da, Tucker Carlson ist da. Elon Musk ist den ganzen Abend bei Trump gewesen. Die Reporter haben darüber berichtet, dass dieses Mal anders als vor acht Jahren Trump weiß, wie das Spiel funktioniert. Er weiß, wie Politik funktioniert. Er ist der, der auch im Driving Seat, also sozusagen am Steuer sitzt, wenn es auch um das Verhältnis mit einem Elon Musk geht. Er lässt sich da angeblich nicht vor den Karren spannen. Das werden wir sehen. Geopolitisch auch wahnsinnig spannend. Ganz ehrlich, diese ganze Trump-zieht-sich-aus-da-NATO-Zurück-Geschichte, ich glaube sie nicht. Strategisch müssen sie, es macht das überhaupt keinen Sinn. Ich möchte aber auch gar nicht so weit gehen jetzt. Heute Abend ist das auch nicht so wichtig. Jetzt geht es einmal darum, wird das jetzt entschieden? By the way, Harris hat bereits vor ungefähr eineinhalb Stunden gesagt, sie wird jetzt in dieser Nacht, ist inzwischen in Amerika ja Nacht, nicht mehr auftreten und das ist auch so ein Zeichen, dass sie nicht mehr daran glaubt, dass es da zu einem Sieg kommen kann. Das hat man auch bei Hillary gesehen. Hillary hat das damals, als sie gegen Trump verloren hat, genauso gemacht und dann wurde kurz danach Trump von den Networks zum US-Präsidenten erklärt. Zusammengefasst, die Wahl scheint geschlagen. Es ist ziemlich klar mit Fox News, klar, die sind pro Trump. Mit Fox News hat bereits ein großes Network gesagt, er hat es gewonnen. Es geht, wenn Pennsylvania zu ihm fällt, dann fehlen ihm nur noch drei Stimmen oder Wahlmännerstimmen, damit er endgültig über die 270 kommt. Und der Drops scheint gelutscht. Wir bekommen den ersten Bitcoin-Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und jetzt können wir uns den Wahnsinn ansehen, der sich loslöst. Einerseits auf den Märkten, aber andererseits natürlich auch in den Medien, weil alle völlig durchdrehen. Oh mein Gott, der Trump ist wieder da. Bis zum nächsten Mal. Was haltet ihr von dieser Wahl? Seid ihr wach geblieben? Schaut euch den Bitcoin-Preis an. Wie geht es jetzt weiter? Lasst mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.